Sonja Zietlow kann ihre Tränen im Dschungelcamp nicht zurückhalten. Während Jolina Mennens Dschungelprüfung wird es ziemlich emotional. Die Schauspielerin ergattert fünf Sterne. Davon widmet sie vier den Dschungelcamp-Moderatorin Sonja, Jan Köppen, Daniel Hartwig und Dirk Bach. Als Dierks Name fällt, ist Sonja sichtlich ergriffen. Kurz darauf fließen bei ihr die Tränen. Wir erinnern uns. Der Entertainer moderiert die Sendung seit 2004 mit der Blondine. Bis er 2012 im Alter von nur 51 Jahren stirbt. Auch die Zuschauer trifft dieser Moment mitten ins Herz. Mir geht's da wie Sonja. Kaum erwähnt Jolina Dirk Bach, steht mir die Suppe in den Augen. Mal so am Rande. Der Stern für Dirk Bach war magisch. Große Geste. Und dass Jolina einfach einen Stern Dirk Bach gewidmet hat. Ich war eine Sturzbäche. Daran erkennt man, Dirk spielt auch über zehn Jahre nach seinem Tod noch eine große Rolle im Dschungelcamp. Und bleibt für immer unvergessen.